ARD Text im Auftrag von Funk Guten Morgen miteinander! Hier ist Exus 19. Ich habe jetzt ausgeschlafen, aber ich möchte gleich noch etwas mehr spielen. Wir beginnen mit einer Mission, das heisst Virenentführung. Und das mal ein wenig Reggae nehmen in unserem Kopf. In unserem Radiumkopf, ich find's schon geil. Ah, jetzt erst zum Ziehlauten. Dann gehen wir mit, wenn er sich so freut, oder? Und ich glaube, ich habe sogar genug Momente, zum Gleiten. Ist das so? Ah, Sprung. Ja, ja, ist gut. Ah, jetzt. Versuchen wir das so gerade mal. Ja, okay. Ist jetzt nicht so spektakulär gesehen. Moment, ein wenig von höher. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, jetzt. Wie so ein Flughörnchen oder so. Voll cool. Haha. Voll cool, ja. Oba. Yeah. Oh, 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 oh. Agents. Oh nein. Okay, ist gut. Come on. Haha. Uh, was kommt da? Das Alien-Fahrzeug, he? Oh, crap. Los. Baraaaah. Einfach drüber. Ha. Schon cool. Ein Abgehängter zählt runter in der Hücke. Yeah, schaut sogar hin, wir haben ihn gesehen. Ist es gerade da? Ja, es ist da, es ist da, es ist da. Lass rein. Schon fertig? Virus, eingesammelt. That's it. Okay, gefällt mir, wenn es nur so kurze Sachen sind. Upgrades. Mal schauen, was das neue ist. Mich nervt es mir immer, wenn etwas da steht. Wow. Die ist jetzt verfügbar. Schön. Ich möchte noch ganz kurz schauen. Wow, der Arsch ist nochmal über den anderen drüber gefahren, habt ihr das gesehen? Katze und Maus. Ah, das ist Coop. Ah, das auch. Ah, hätte die Frage wahrscheinlich nachher mal einen Kollegen. Feindlichen Code entfernen. Dann machen wir das noch geschwind und dann noch so eine Hauptmission. Dann schauen wir mal weiter. Ich weiss, ich habe lange Parts gemacht, finde ich. Ich möchte es eigentlich schon kürzer halten, so 10-20 Minuten. Ich weiss nicht genau. Es hängt auch von den Missionen ab. Vielleicht wäre es auch nicht gleich lang oder so, ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Es hätte überhaupt ein Sicherheitsprogramm Ja gewesen. Okay, los. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Ich weiss nicht. Nein, doch nochmal. Oh, voll im Flug verwirsch. Zieh das mal rein, ey. Oh crap. Ich muss da rasch weg. Ich nehme so viel Energie rein. Oh crap, das ist übel, das Fragezeichen. Hast du einen Feind? Nein. Schade. Ich könnte die Energie von den Feinden brauchen. Wow, wow, wow. Bleib mal lässig. Ey, das ist ein Teil. Lade auf. Wo ist meine Energie? Wieso nicht keine Energie mehr? Es macht mir Angst, das Fragezeichen. Wow, wow, wow. Achtung, es rührt etwas. Wow. Baum macht noch nichts. Dort ist meine Energie wieder. Nein, rührt nichts. Nein, rührt nichts. Oh crap. Oh yeah, du hast Energie für mich. Leider nicht. Ah, er ist noch nicht tot. Yeah, Energie. Das ist super anspannend. Das ist nur normal zu. Okay. Also Fragezeichen. Scheiss. Error. Crap. Scheiss Error. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Burrum, 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 burrum. Yeah. Oh hell. Irgendwann scheisse Teilen. Einfach zu fragen. Das ist so cool. Das ist so cool. Ich speichere mir das mal einfach so, dass wir es haben. Voll cool. Fresh. Chillig. Okay. Okay, okay. Jetzt... Moment, geschwind. Jetzt haben wir doch da irgendwie... Kann man doch noch nichts kaufen? Irgendwie... Ich komme irgendwie gleich tausend rüber, he? But why? Ist das schon wieder gefüllt? Tatsächlich. Schon wieder schlägt. Nicht schlecht. Also ich finde es okay. Total okay. Okay. So. Lernende Regeln ist immer noch da, he? Ja, da sind wir doch dran. Hat es etwas nicht gespeichert? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Okay. Good luck with that. Okay. Good luck with that. Okay. So, what exactly is a hot spot? Basically a giant workstation. A system like the simulation you're in, probably requires constant maintenance. Which is what these seem to be for. Is this the only one? Of course not. Ah, yeah. The mouse. I turned the sound a bit down. We have it already seen. I can see it. I can see it. And the mouse speed. But also the mouse. Ah, sad. Why are you just swimming here? 44. Sorry. It gives me cash and EB. Jesus. Would you look at the size of that thing? Okay. Focuss on the shield generators, otherwise you'll never get to the main console. Aha. Okay. Let me tell you, if you are the best from this. I'm going to destroy you now, Beste. Ah. I guess I just pull these out. Ist nicht alles mit Schiessen. Ah. Aber gleich mit Gewalt. Okay. Kass. Jep. Kommen wir jetzt mit Schweben rüber? Ja, voll gechillt. Was jetzt? Oh, das. Oh, das. Oh, das. Generator. Ja, das ist ja der Krieg. Das ist Leben. Oh, Klaus. Oh, Klaus. Oh, Klaus. Oh, hallo. Oh, Klaus. Oh, Klaus. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. What reinforcements? Oh, fuck. Okay. Okay. Ja, ich sehe deinen blöden Fuss. Deine Knie sehe ich auch. Uh. Und? Ich sehe den Fuss. Wir sind noch. Okay. So. So. Schnell, schnell, schnell. Before reinforcements engaged. Ich sehe den Fuss. Ja. Ja. Komm, komm, komm. Was ist das? Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Okay, fiery sky and rain can be good. Woah, woah, woah. What the fuck is that thing? I don't know, but it isn't reading like a normal thing. I think, I think you can get rid of your code with them. I think you can get rid of them. And that means what? Once you take them down, get close enough. I think you can absorb him. Yeah, because I want that inside me. Of course you won't. Woah. Woah. So you can jump too. Oh, and you can usually shoot. Usually shoot. I'm coming for you, man. No. Oh, crap. Stop, stop, stop. I'm coming for you, man. I'm coming for you. I'm coming for you. Die Schuhe ist so evil. Alright. What? What? Haha. Was ist das? Was ist das? Ja, bravo. Vielleicht haben meine Wardens unterestimiert dich. Ich werde sie nicht mehr machen. Das kann nicht gut sein. Blast. Ja. Ich glaube, ich kann das machen. Lowe's, Lowe's, Trainings Room für die Blast. So, was sie bekommen? Teleportation? Laser Vision? Boneclose? Hahahaha. Boneclose, man, das ist so geil. Boneclose, man, das ist so geil, ist es. Huh. F-I-E. Ich bezeug mich ein paar Dargele aus der Simulation für dich. Hold on, hold on. Wer sind die Leute, die mich versuchen zu töten? Nicht so, diese sind安全e Programme, man kann nicht sterben. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ah, ja, sogar der Schilder-Guy, hä? Ah, ja, Ab-Chillin. Ah, ja. Ah, was ist das? Ah, voll easy. Aber, was hat sie gesagt von wegen, ich kann mich schneller erholen, wenn er mich mit dem blöden Schuss trifft, oder wie? Heiss und kalt, okay. Schön. Ob ich lieber Feuer hätte als Eis? Nein, ich schreibe, ich schreibe. Ah, ja. Ah, ja. Moment, Moment. Ah, ja. Das ist das, was wir jetzt bekommen haben. Voll cool. Ah, jetzt. Das ist noch praktisch, hä? Voll geil. Okay. Alright. Ah. Möchtest du das? Tatenzammlung 5, wieso noch 5? Wau guan. Wau guan. Wau guan esse. Äh, wollen wir eine Hauptmission machen oder wollen wir da so ein kleines Teil machen? Ich würde sagen, wir möchten noch, eben das kann ja nicht. Ufo-Vandalismus. Wäre auch geil, oder? Mit dem Ufo-Vandalismus, oder was? Okay. Wir sehen uns da wieder. Alright. Da vorne unten ist es gerade. Ups, da habe ich dran. Ufo-Vandalismus. Mal schauen, wie man etwas fliegt. Wahrscheinlich mit Shift und Control. Oder so. Ah, wieder mit Modus wechseln. Ich habe... Ich bleibe gerade im Schwebemodus, würde ich sagen. Ah, yeah. Das habe ich gehofft. Okay, wir haben ein Target. Ja, logisch. 43. Haha. Keine Ahnung. Das ist ein wenig schwieriger, weil ich nicht so viele Kombos aufbauen kann, finde ich. Hell of a way to unwind. Oder... Slav von Zwerver. Es ist ein wenig Sinn Allah. Oh, das ist sehr gut. So, ich denke, ich kann. Ich bin ein wenig einschliere. Das ist eine Stunde. Ich bin ein wenig sinnvoll. Wenn es in . Ich glaube das ist schon 600.000 Schaffierungen. Haha, naja. Er ist so sch***. Ich glaube das ist schon 600.000 Schaffierungen. Der Sinieke Der Sinieke Der ist ein Arsch Was habe ich ins Geschäft? Die 1,5 Minuten, das war schon wieder vorbei Oder was, habe ich Gold geschafft Boah, ich habe Gold geschafft? Hey voll geil, darum ist er schnell fertig Alright Zeit, du sie Kiesch Kiesch, man I like Okay Mit dem verabschiede ich mich Und sage ja bis zum nächsten Mal Das wollte ich eigentlich nicht sagen Das ist ja immer so Whatever for that part, peace